Hi, ich bin Aline. Ich bin Viktor und wir sind klimaneutral. Der YouTube-Kanal rund um die Themen Klimawandel, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Noch nie war der Klimawandel so sichtbar, so spürbar, so gefährlich für jeden von uns. Noch nie war der Klimawandel so sehr ein gesellschaftliches Thema. Steigende Meeresspiegel, globale Erwärmung, Extremwetterereignisse, Treibhausgase, der IPCC, das CO2-Budget, Klimapolitik. Ganz schön schwer, da den Durchblick zu behalten. Oder? Deswegen machen wir das jetzt für euch. Wie klimaschädlich ist Fleisch? Oder dein Haustier? Oder Pornos? Was kann jeder Einzelne von uns tun für mehr Nachhaltigkeit? Oder Klimapolitik? Was bringt der European Green Deal? Und wir gehen raus. Um die Folgen des Klimawandels sehen zu können, muss man nicht in die Arktis fahren. Auch in Deutschland können wir sehen, wie sich das Klima verändert. Wie gut geht es unserem Wald? Was bedeutet der Klimawandel für die Artenvielfalt in Deutschland? Wir sind für euch vor Ort. Es gibt also viel zu entdecken bei Klimaneutral. Immer dienstags um 15 Uhr. Deswegen jetzt abonnieren, auf die Glocke klicken und nichts mehr verpassen.